Köln ist besorgt um Mark Keller. Macht Let's Dance ihn fertig? Neue Verletzungen aufgetaucht? Hey Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. Die Fans von Mark Keller halten momentan den Atem an. Der beliebte Bergdoktor-Star macht sich bei Let's Dance nicht nur Tanzschritte, sondern auch Sorgen um seine Gesundheit. Bei dieser Tanzshow müssen die Stars wirklich alles geben. Und das tägliche Training fordert seinen Tribut. Mark Keller, immerhin stolze 59 Jahre alt, hat sich bereits zu Beginn der Show an der Hand verletzt. Doch das war noch nicht alles. Seitdem tanzt Mark mit einer Schiene an der Hand über das Parkett. Doch das scheint nicht das einzige zu sein, was ihn plagt. Fans haben bemerkt, dass er von Show zu Show mehr humpelt. Ist seine Achillessehne in Mitleidenschaft gezogen? Die Besorgnis steigt. Trotz allem gibt es Hoffnungsschimmer. Mit beeindruckenden 54 Punkten in der letzten Show zeigt Mark, dass er immer noch im Rennen ist. Und nächste Woche geht es sogar ins Moulin Rouge. Das Musical Mark und seine Tanzpartnerin Katrin werden erneut ihr Können unter Beweis stellen. Aber nicht nur die Fans sind beeindruckt. Auch Juror Joachim Lambi ist begeistert und hat klare Forderungen. Er will mehr von Mark sehen und hat sogar schon eine Idee für eine Tour. Das klingt doch vielversprechend, oder? Bleibt dran, wir halten euch auf dem Laufenden über Marks Weg bei Leads Dance. Und Mark, wir drücken dir die Daumen, bleib stark und tanze weiter.